Am Ende der letzten Eiszeit, als unsere Welt ein rauer und gnadenloser Ort war, fand ein Junge, der von seiner Familie getrennt wurde. Einen Wolf, der von seinem Rudel getrennt war. Gemeinsam schufen sie eine Verbindung, die den Lauf der Geschichte verändern sollte. Dieses Jahr erlebe die unglaubliche Geschichte, wie die Menschheit ihren treuesten Freund fand. Alpha. Demnächst im Kino.